Ich sehe die gesunde, resiliente Stadt als eine Nutzungsgemischte. Das bedeutet, dass diese ein gewisses Maß an Arbeit vorhält und davon wieder ein gewisses Maß an Arbeit in der Produktion. Und dabei betone ich insbesondere das Vorhalten einfacher Arbeit. Wir brauchen ein gewisses Maß an einfacher Arbeit, um letzten Endes den sozialen Frieden in unserer Stadt zu gewährleisten. Das bedeutet nicht, dass ich von einer Gleichverteilung ausgehe, weder innerhalb der Stadt noch zwischen den Städten. Das bedeutet also, dass nicht die gesamte Stadt in einer Nutzungsmischung aufgeht. Es wird nach wie vor reine Wohnflächen geben. Es wird, wie ich hoffe, reine gewerblich genutzte Flächen geben, in denen Produktion stattfindet. Und natürlich wird dieses auch zwischen den Städten schwanken im Maß der Intensität. Es gibt Städte, die sind in ihrer Tertiarisierung bereits heute so weit fortgeschritten, dass keinerlei Potenziale in der Fläche vorhanden sind, um urbane Produktion in einem nennenswerten Maß zu integrieren. Aber auch diese Städte haben die Chance, punktuell zu schauen, wo können wir dies implementieren, um unsere Städte vitaler zu gestalten. Jene Städte, die noch nennenswerte Fläche innerhalb ihrer Stadt in urbanen Lagen vorhalten, die gewerblich genutzt wird. Die haben hier einen echten Wettbewerbsvorteil. Die haben hier enorme Potenziale, um darüber ihre Stadt nachhaltig, resilient zu gestalten. Rebellion of die Groß구 shotc Bern auf der Nähe von Leabbewerbsvorteil. Meiles Betfekt ist auf die Shanghai, die es in den ManifestilПwerbsvorteil. Also nein. Wo, es brels tidig, 1970 1943.